Die Magie der Erzählung, eine Einführung in Storytelling, Anwendung, Wirkung und warum Geschichten uns fesseln. Mehr im Buch auf Amazon und auf www.marcusflicker.com Die Magie der Erzählung, eine Einführung in Storytelling, Anwendung, Wirkung und warum Geschichten uns fesseln. Die universelle Kraft des Storytellings. Storytelling ist eine faszinierende Kunst, die seit jeher Menschen verbindet und inspiriert. Geschichten sind tief in unserer Kultur und in uns selbst verwurzelt und dienen als Träger für Wissen, Werte und Erfahrungen. Über Generationen hinweg wurden sie mündlich weitergegeben und ihre Magie entfaltet sich in der Fähigkeit, Emotionen und Vorstellungen zu verknüpfen. Dieses Zusammenspiel macht Geschichten zu einem unvergesslichen Erlebnis. Geschichten wecken Neugier, Mitgefühl und Freude und schaffen es, uns in eine andere Welt zu entführen. Doch was genau ist das Geheimnis dieser Anziehungskraft? Und wie kannst du diese Kunst des Erzählens gezielt nutzen, um andere zu begeistern? Warum uns Geschichten tief im Inneren berühren? Erzählungen lösen in uns Emotionen aus, die über bloße Information hinausgehen. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Geschichten das Gehirn aktivieren und Emotionen hervorrufen, die das Erlebte intensiver und länger im Gedächtnis verankern. Diese Wirkung basiert auf der Aktivierung des limbischen Systems, das für Emotionen und Erinnerungen zuständig ist. So schaffen es Erzählungen, selbst komplexe Sachverhalte verständlich zu machen und nachhaltig zu vermitteln. Vielleicht erinnerst du dich an Geschichten aus deiner Kindheit. Diese prägen sich oft tief ein, während uns Fakten oder Zahlen schnell entgleiten. Storytelling ist somit ein mächtiges Instrument, um Informationen nicht nur zu vermitteln, sondern auch langfristig zu verankern. Anwendungsbereiche von Storytelling In unserer modernen Welt hat Storytelling seinen festen Platz in verschiedenen Bereichen des Lebens gefunden. Sei es in der Bildung, im Marketing oder in sozialen Netzwerken. Überall hilft es, Wissen zugänglich zu machen und Emotionen zu wecken. In der Bildung kann es den Lernstoff lebendig gestalten und Lernende durch spannende Erzählungen fesseln. Im Marketing ist die erzählerische Vermittlung ein bedeutendes Mittel, um Produkte und Dienstleistungen emotional und authentisch darzustellen. Der Austausch in sozialen Medien lebt ebenfalls von packenden Geschichten, die User zum Innehalten bringen und persönliche Bindungen schaffen. Wichtige Techniken und Prinzipien für erfolgreiches Storytelling Die Kunst des Erzählens folgt bestimmten Techniken, die eine Geschichte spannend und ansprechend gestalten. Struktur ist hierbei das A und O. Eine gelungene Erzählung hat einen klaren Beginn, einen Höhepunkt und ein Ende. Dieser Story-Ark sorgt dafür, dass Spannung aufgebaut wird und das Interesse des Publikums kontinuierlich wächst. Ein weiterer wichtiger Aspekt sind authentische Charaktere. Erst wenn sich Leser oder Zuhörer in den Charakteren wiederfinden oder diese als greifbar empfinden, wird eine Geschichte lebendig. Die Figuren sollten Tiefgang besitzen, Hindernisse überwinden und ein nachvollziehbares Ziel verfolgen. Ein zentraler Aspekt im Storytelling ist zudem der Konflikt, der Spannung erzeugt und die Handlung vorantreibt. Ob zwischen Figuren oder als innerer Konflikt, dieser verleiht der Geschichte Glaubwürdigkeit und sorgt für eine emotionale Bindung. Tipps und Tricks für packendes Storytelling Für ein gelungenes Storytelling sind Kreativität und ein Gespür für Dramaturgie gefragt. Es empfiehlt sich, die Geschichte zunächst grob zu skizzieren und die wichtigen Punkte festzulegen. Welche Aspekte möchtest du hervorheben und wie soll die Spannung verlaufen? Eine anschauliche Sprache, die Bilder im Kopf erzeugt, kann dem Publikum helfen, sich die Szenen lebendig vorzustellen. Ein wertvoller Tipp ist, Emotionen in den Mittelpunkt zu stellen. Das Publikum erinnert sich an die Gefühle, die eine Geschichte in ihm ausgelöst hat. Dabei sind es nicht nur dramatische Momente. Auch Humor, Überraschung und Spannung können eine starke Wirkung entfalten. Eine Methode, das Publikum zu fesseln, ist es, aktiv in die Geschichte einzubeziehen, zum Beispiel durch Fragen oder Denkanstöße. Die Kraft der Metaphern und Vergleiche ist ebenfalls nicht zu unterschätzen. Sie helfen, abstrakte Ideen greifbar zu machen und komplexe Zusammenhänge auf einfache Weise zu vermitteln. Ein anschaulicher Vergleich kann das Verständnis vertiefen und die Erzählung bereichern. Warum Geschichten heute mehr denn je faszinieren In einer Zeit, in der Informationen allgegenwärtig sind, suchen viele nach Inhalten, die einen emotionalen Anker bieten. Storytelling schafft in der Informationsflut eine persönliche Verbindung und gibt Menschen die Möglichkeit, für einen Moment innezuhalten. Ob in sozialen Netzwerken oder in persönlichen Gesprächen, Geschichten sind ein wirkungsvolles Mittel, um Aufmerksamkeit zu gewinnen und eine Bindung aufzubauen. Psychologische Studien zeigen, dass das Erzählen und Hören von Geschichten eine wichtige Rolle für die Selbstreflexion und soziale Interaktion spielt. Menschen verarbeiten Erlebnisse und Emotionen durch Geschichten und können dabei ihre Erfahrungen mit anderen teilen. Dieses Bedürfnis ist tief in uns verwurzelt und schafft ein Verständnis füreinander, das zur Gemeinschaft beiträgt. Storytelling als Schlüssel zur Transformation Erzählungen sind mehr als reine Unterhaltung. Sie helfen, Identität und Gemeinschaft zu formen. Ein gutes Buch oder ein Film hinterlassen oft bleibende Eindrücke und regen zum Nachdenken an. Wenn du die Tipps und Techniken des Storytellings verinnerlichst, kannst du Erzählungen schaffen, die andere inspirieren und bewegen. Mehr im Buch das Copywriting-Buch. Die Kunst der Wortgewandtheit und Überzeugung mit deinem Werbetext. Auf Amazon und auf www.marcusflicker.com Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Dein Feedback hilft nicht nur dabei, diesen Podcast zu verbessern, sondern unterstützt auch, dass noch mehr Menschen auf ihn aufmerksam werden. Wenn du auf YouTube zuhörst, vergiss nicht, den Daumen hoch zu klicken und den Kanal zu abonnieren, um keine zukünftigen Folgen zu verpassen. Dein Like zeigt mir, dass dir der Inhalt gefällt und motiviert mich, weiterhin interessante Themen für dich zu behandeln. Auf Spotify, Apple Podcasts oder jeder anderen Plattform kannst du mich unterstützen, indem du mir folgst und eine positive Bewertung hinterlässt. Jede Bewertung und jeder Kommentar sind Gold wert und helfen dabei, diese Community zu vergrößern. Und falls du auf Social Media unterwegs bist, teile doch gerne diese Folge mit deinen Freunden oder in deiner Story. Tagge mich, damit ich deine Post sehe und wir uns auch dort vernetzen können. Nochmals danke, dass du Teil dieser Podcast-Reise bist. Bis zur nächsten Episode, mach's gut und bleib inspiriert. Bis zum nächsten Mal.